Mist! Ich hab doch alles installiert, was er wollte. Und es funktioniert immer noch nicht. Woran kann es liegen? Okay, Neil. Hast du eine Lösung? Ja, dann gib doch eine PC in der Schelle. Gewalt ist keine Lösung. Was wenn doch? Wow, es hat funktioniert. Wo könnte das noch klappen? Äh, unsere Küchentür. Die ist seit Tagen rum. Könntest du... Wow, also es ist alles möglich. Okay, warte, eins hab ich doch. Ich lese seit Tagen dieses Buch. Doch, ich verstehe es nicht. Könntest du... Na, sieh sie doch. Wow, jetzt hab ich den Durchblick. Kann doch, Neffe. Wenn ich brauch's, findest du welche Tür ab. Schatz, ich denk dran. Heute Abend kommt Top Ball. Ich hab mich da drauf gefreut. Ich wollte heute zum Fußballspiel gehen. Es ist die Fußballfinale. Nee, das möchte ich nicht. Ich bin mit dir. Zusammen. Hau mal und schau. Ach komm schon, Schatz. Lass mich bitte dahin gehen. Ich sagte nein. Wir beide bleiben heute zu Hause. Soll ich mal mit dir reden? Ja, bitte. Klar doch. Wie bitte? Sie haben gar nichts dazu zu sagen. Ach, Schatz. Weißt du was? Ihr könnt doch heute zum Fußballspiel gehen. Yes. Danke, Onkel und mir. Aber eine Sache wäre dann noch. Ich würde gerne heute zum Fußballspiel einiges an Geld ausgeben. Hä? Dann musst du arbeiten gehen. Wie als normaler anderer, wie ich. Wie dein Großvater und dein Mann. Doch. Ich hab keines mehr. Kennst du mich vielleicht? Na klar. Da kann ich dir helfen. Dann werde ich mal losarbeiten, wa? Anger auf. G Boardabin. Ich bin躍. fireside unsern. Once просто sitztadowen dann kommen zusammen. Der ist vermutlich,ίνoper hat Tour. Dag ans. Niemig existierter.